Wir befinden uns hier auf der B44, Höhe Großrohrheim. Folgendes ist passiert, ein Pkw hat den Kreisverkehr überfahren, hat sich daraufhin mehrfach überschlagen und ist im Graben gelandet. Zwei Personen befanden sich im Pkw, eine Person konnte selbstständig aussteigen. Die zweite Person wurde per hydraulischem Rettungsgerät der Feuerwehr Großrohrheim gerettet und im Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzstelle beträgt 120 Meter Länge. Einsatzpersonen der Feuerwehren waren 60 Mann vor Ort, der Feuerwehr Großrohrheim, Nordheim, Wattenheim und Biblis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017